Wer hat die Ausnahme? Lass es die Feuerriesen umbringen mit der Kraft der Blubberblasen Ich sag, ich sehe nicht, dass ich YouTube Hochkund nenne es How to make it by your hands easy Wie als wenn alles klappt und du dich verreckst Ich halte mich raus, ich halte mich ganz schön weit fern von ihm erstmal In der zweiten Phase wirst du halt zu teleportiert, deswegen ja Aber die zweite Phase, die Szene Ah ja, gehst du bitte rein Du musst ihn triggern, los, lauf Lauf, lauf mein Bruchste Nein, ich will nicht triggern, eigentlich Ich hab' ne los dazu Hallo? Hallo? Einfach weitergehen, einfach weitergehen Einfach weiter, immer weiter, ja Kannst du irgendwie mal langsam nachkommen? Wer ist da vorne? Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn schon Ja Ich bin gespannt, ob man dein Minibültzschirm oben rechts bei mir sehen kann Auch in der Aufnahme Da bin ich auch gespannt Deine Aufgabe Mit der Macht der Blubberblasen werde ich ihn in die Knie zwingen. So wie ich es schon viele Male getan habe. Mit der Macht der Blubberblasen. Boah, feuerlich. Und, was habe ich gesagt? Habe ich so viel versprochen? Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, Blasentechnik bringt's. Jetzt kommt immer auf die Technik an und wir verhältnis Blasen. Los! Oh, scheiße. Blubberblasen, ich bin Spongebob. Oh, krass. Also ja, es sieht definitiv witzig aus. Ja, jetzt ist es noch besser. Schön angucken. Oh, ja. Fuß gebrochen? Fuß gebrochen ist untertrieben. Das ist direkt das gesamte Knie. Ach ja, denn nächstes ist alles. Viel Spaß. Verschuldigung. 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 So, jetzt lass mich mal zu ihm wieder. Jetzt geh mal wieder weg. So. Der Blubbermann muss wieder ran. Na, willst du nicht auch die Blubberblasen fängstig lernen? Hier ist ein Stück direkt. Ich will genauer sein Spiel. Muss das schon da? Ich hab sogar damals... Ich hab sogar öfter mal meine Haltung durchbrochen. Damit... Was haben wir wieder ins Kriegel? Ja, komm mal, Haltung durchbrochen. Ja, komm mal, Haltung durchbrochen. Ich hab sogar öfter mal meine Haltung durchbrochen. Das war's doch mal, mein Lieb. Ja. Du wolltest ihn peinlich fernsehen? Jetzt hast du's gesehen. Geht's noch peinlicher? Anbieter zu Blubberblase. Die heilige Blubberblase. So. Ja, hat sich das genutzt. So, das ist das Ende der Aufnahme.